Mach doch einfach so, ok? Jetzt ich bei dir auch? Ja. Du hast doch auch voll gewonnen. Hab ich voll gewonnen? Ja. Komm weiter Serjan. Ich kann nicht. Komm du Pussy. Mach das. Sch. 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 Heute noch. Sch. 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 Er ist aus der Antike. Mann, die Maschine jetzt so. Serjan, das kommt alles bei YouTube, ja? Pussi. Komm, mach so. Wir haben ein bisschen der Dings. Lockers. Mann, er ist dreifacher deutscher Teilmeister. Wenn er nicht hart tritt, wer dann? Deine Oma oder wer? Daniel, mach mal ein bisschen. Dollar bei ihm. Jetzt wieder bei mir, oder was? Pssi. Mach mal, guck mal. Komm da jetzt, ey! Pssii. Ach so, aber erstmal auf Mazli. Pschi, Waha? Pssi. Pssi. Mach mal bei mir selbst. Jetzt noch ein bisschen doll daran. Dein ist warm. Bisschen doll jetzt, ne? Solange du nicht mein Knie bekommst,istors, das ist eigentlich nicht detail. Pssi. Das ist so offen, oder? Wie ist das, Leute? Du kannst gar nicht da so halten, natürlich. Ey, Montag, tut mir mal was. Mein Bein tut auch nicht. Komm, dann tut's auf, ey. Ich hab den schnell getreten. Wenn du dich bewegst, okay? Wenn du dich treten und du ziehst dein Bein weg, dann versteht es. Du musst stehen bleiben, okay? Ey, was seid ihr für Pussis? Ihr Beide tritt gegen dein Bein. Er hat doch mehr Belastung hier. Er hat doch mehr Belastung hier. Er hat doch mehr Belastung hier. Das tut's auch hier, wirklich. Weil ich merke das einfach, ne? Pssst! Ja, das ist für zwei. Deine Scholi nicht! Nenn mir bitte wieder so bei den ersten Tritten. Ich spür mal den B-Schleiber. Mach einfach mal! Das ist schade. Ja, okay. Ich trau mich gar nicht mal eben festzudrehen, weil ich meine... Ich tritt doch einfach mal! Da kommt das rein von der Echo gerade. Ich mach nichts sogar. Tritt so rein, du kannst. Pssst! Pssst! Nochmal! Kannst du schade ziehen? Ja, ja. Warum auch mal oben? Was ist das? Ja? Pssst! Weißt du was? Schlecht. Mach mal zuerst, dann weiß ich nicht. Pssst! Du sollst das denn? Wenn du die Banken stehen lassen und es sich nie wieder merken. Wenn du weg ziehst du die Erde, dann passiert schon was. Okay? Sollen wir das mal stehen? Ja? Ja. Aber soft. Also nicht so hart wie beim letzten. Pssst! Ne, doch. Pssst! Das tut schon recht. Ja, scheiße. Warte, 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 warte. Moment. Pssst! Also. Pah! Es war nicht so hart wie beim letzten Mal. Ich weiß, aber... Pah! 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 Alles okay? Pah! Pah! Der war richtig mies. Den werde ich drei Jahre lang merken. Ich hab drei Tage gemerkt. Komm! Komm, anders Bein. Ander Seite nochmal. Ohne Schleißung, gerade wird dein Bein so hart lopen. Ich glaub es mir noch lange nicht. Pssst! Bist du es nicht? Mann, ich kann gar nicht. Pssst! 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 Was war das? Pah! 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 Pah!